Damit ein wunderschön herzliches Willkommen zu einem weiteren Vlog-Tag von mir. Ja, wir haben heute hier etwas Schönes. Wir haben hier so eine Art Display. Und somit kann ich den Bildschirm, der hinter mir ist, immer vor mir, wenn ich Livestream auch sehe, wenn der ausfällt oder irgendein Problem ist, dann kann ich da schneller ein bisschen aktieren. So, aber ich mache das hier erstmal alles wieder ab. War alles nur ein Tag. Und jetzt muss ich das Ganze alles kabel, anschließend Strom und hier ein bisschen schön machen. Und das seht ihr heute in diesem Video. So, ich tue das hier mal nach unten. Dann nenne ich da, die packe ich einmal aus. Und dann wollen wir hinter dem Schreibtisch auch. Pädagogik 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 So, es ist schon wieder einen Tag später. Ich weiß auch wieder überhaupt nicht mehr. Ja, destan Abend habe ich eigentlich innerhalb von einer halben Stunde da alles hinbekommen. Monitor kennt ja auch schon die auch alles. Hier habe ich immer so eine Art 4 Bildschirme, ja, 2 Querbildschirme mit 27 Zoll und einmal ein Hochformat mit 27 Zoll und einen kleinen 7 Zoll Monitor, wo ich einfach das sehe, was immer im Hintergrund ist, was auch dem Monitor dann sein wird. Das kann dann ja OBS sein, irgendein Video oder irgendwas anderes. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, das war auch schon das heutige Video. Sehr, sehr kurz, eher wieder als sonst. Und man wird echt auch wieder ein bisschen längere Folgen geben. Aber heute war das mal größer und ich wünsche euch damit einen wunderschönen guten Tag. Ich war dann heute noch beim Friseur. Aber das ist alles gut. Ich mache mal weiter und dann sehen wir uns beim nächsten Flop-Tag. Tschüss. 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 - Vielen Dank.